auf würde ich jetzt immer heute einfachste Weg zum Beispiel auch nicht der schnellste aber es eigentlich irrelevant es ist meistens der bessere Weg wir kommen nicht irgendwo in die Quere oder sonst irgendwas ist das der kann nicht sein kann ich mir nicht vorstellen ist das auf der Mauer auf der Mauer auf der Lauer sitzt der kleine Rakes auf der Mauer auf der Lauer ja nein anscheinend doch es ist hinter der Mauer da müssen wir jetzt mal eben kurz durchkommen hier finden durch die Mauer kommen wir von hier aus da durch ja komm Gebiet nicht verfügbar ich bin gerade so jemand dran auch gut das wäre jetzt mies wenn wir äh nur weiß ich neun von zehn Fragmenten kriegen würden nur weil da ein Gebiet noch nicht verfügbar ist oder sonst irgendwas da ist es so da haben wir es weiter geht's zum nächsten Fragment äh ne nicht Fragment äh 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 ist das da? ist das eins? jo da ist eins das ist in diese Richtung jetzt müssen wir wieder erstmal hochkommen zum ey so kann er kann er so hoch? nein war klar von da aus kommen wir auch nicht hoch ähm ähm ich weiß wo den Ausgang ist aber der ist hier von hier aus gesehen auch am Arsch der Welt ja klasse oh naja gibt noch keinen schnelleren Ausweg hier ja doch von da aus kann man hochkommen einem ausschwingen lassen nein nicht schwingen äh ja gut ach ja ich Idiot ich bin total verballert heute klappt irgendwie bei mir gar nix ne 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 heute ist nicht mein Tag mal wieder wie bei jeder Aufnahme halt ne ich dachte schon ich bin zum Zocken zu blöd wahrscheinlich auch zum Scheißen zu blöd dem nicht hier wie bei Scrobs in einer Folge Jay Deak ähm schläft beim Kacken ein wo Doktor guckt sich ja so unheimlich wie kleines Kind freund freund da schon freut guck mal ich freu ich freu mich so wie ein Freund ja irgendwo muss ja hier ein Fragment sein da ist es ich sag jetzt einfach Fragment dazu obwohl es Seiden eigentlich sind so ich seh sonst hier keins in der Nähe wie viel hatten wir jetzt überhaupt fünf wow wir haben schon ganze fünf Stück da geht doch Rucki Zucki hier ja komm wir springen einfach mal eben über die Grabsteine egal oh und da haben wir ein äh dem wir mal eh kurz bestechen tun ja und 25% weniger ne ja sauber und tschüss war schön mit dem Geschäft zu machen so können wir einmal hier rüber sprinten und weg der hat hier nix mehr zu melden ähm ähm da müssen wir von hier aus rüber laufen ich werde jetzt nicht runter auf den Boden wieder fallen aber eben hier hoch jetzt auch mal hier entlang haben wir nämlich auch die äh müssen hier runter irgendwann unten irgendwie hier unten soll es sein irgendwo hier soll es sein jetzt sag mich ach wir müssen von der anderen Seite rein okay von hier aus einmal rein hopp zack da haben wir schon die nächste sechs Seiten aber fehlen uns noch vier gucken wir mal eben schon auf die Karte oh einmal kurz hier die Karte abchecken einmal abchecken ja Karte eins zwei ich sehe hier gerade nur zwei drauf drei drei Karten sehe ich hier drei da fehlt aber irgendwie einer da oben ist die vierte klasse okay laufen wir also ähm so rum ja doch so rum dann rennen wir wieder nach hier oben lassen wir uns einmal nach da oben bringen zu unserem Unterstupf und dann holen wir uns auch schon die letzte Karte so wird es aussehen ich hoffe alle sind damit einverstanden wenn nicht Pech weil wenn ihr das seht habe ich das schon lange hinter mir schon ewig habe ich das wahrscheinlich schon seit über eine Woche äh hinter mir habe schon die dicke Rüstung wahrscheinlich auch schon als Spiel durch ich habe keine Ahnung nein wenig Gesundheit so ah nein scheiße ich habe das nicht genommen nein verdammt jetzt habe ich es auch genommen hopp hopp einmal unter hopp hopp so schön lalalala und hopp so muss das doch laufen hier rüber hier rüber durchs Wasser durch die Gassen machen können wir da jetzt nichts dran wir treten einen Templer da oben ist ja komm dann machen wir jetzt eben direkt wenn wir schon einmal hier sind kann ich ja auch direkt machen nein der Pisser ist ein Feigling jawohl da haben wir ihn wo ist das Ding was ich denn anzünden muss scheiße wo ist das Ding was ich anzünden muss hier okay hopp rüber hopp hoch scheiße entdeckt entdeckt nein die schießen nicht gut so geschafft oh oh ich habe gedacht die holen mich ja jeden Moment noch runter die haben mich ja wirklich noch jeden Moment runter geholt ey hallelujah so haben wir unsere nächste Feste kontrolliert aber sollte den Templern eigentlich klar sein äh dass gegen uns Assassinen keine Chance haben da ist auch schon die das nächste Ding das ist hier oh Gott bis wir den nächsten Turm erkennt immerhin oh Gott glaube ich zumindest glaube ich glaube ich ja wir klettern einfach mal eben kurz hier hoch weil ich sehe hier nix wo die sein sollte die kann ja nur dann da oben sein hopp kletter 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 wie der Wind äh sogar nicht hoch ach ok ähm ist die noch weiter oben oder wie kletter mal noch höher äh und das kann ich mir vorstellen das ist auch ein ganz schön hoher Turm Mama 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 Halle da blüht es doch schon da ist so und hier ist auch ein Schatz direkt den kann man direkt mitnehmen immerhin wir schon hier sind immerhin direkt mit äh und wo kann ich hier einen Torsprung machen he 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 da ist da ist doch Heuhaufen und runter ui flupp weg ähm wir werden da mit Gapfeilen eben machen so so werden wir von hier oben aus erledigen scheiß verfehlt so jetzt haben wir ihn jawohl so muss er doch gehen komm stirb stirb ich will 50% weniger haben stirb nicht so na also geht doch na komm jetzt aber brauchst du dich noch auf den letzten Zentimeter nicht kraut der stirbt nicht jetzt ist er tot wird jetzt wird jetzt 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 wird Vielen Dank.